Dann wird es gefährlich. Dann sind keine Leute auf der Straße, die sich melden bei der Polizei und sagen, Moment, Jesus war beliebt, beim Wolf war ja beliebt hochgeschätzt, ein Rabbi. Jesus wurde gefeiert mit seiner Anruf in Jerusalem, wie man auch andere Rabbiner in der Zeit empfangen hat. Es war gängig, es war der letzte, aber doch, bestimmte Psalmen zu sagen, zum Beispiel, in Hozana.